Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Türen Ihrer Kuchenvitrine austauschen können. Öffnen Sie die Tür zur Hälfte und heben Sie sie dann aus der unteren Schiene. Achten Sie hierbei auf die Türfeder oben. Sie können diese einfach vom Gerät sowie der Tür abschrauben. Befestigen Sie diese dann wieder an der neuen Tür. Befestigen Sie die Türfeder dann wieder am Gerät. Musik Setzen Sie nun die Tür wieder ein.